So, meine Damen und Herren, jetzt wird es spannend! Welche Kugel rollt am nächsten? Das Team, das diese Kugel besitzt hat gewonnen! Und es geht los! Und die Kugel rollen, meine Damen und Herren, jetzt eine weite Bahn entlang. in den Wirbel die Jawollnig auskanon. Oh, doch, doch, doch! Nein, nein, nein! Jetzt muss ich ganz klar sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Wer ist der Sieger? Welche Kugelrollen? Das ist diesmal eindeutig gewesen, ich hab's gesehen. Das Team Borkow! Zahn hier ab!